Eine Frage noch, 30 Sekunden haben Sie Zeit. Warum soll man die Freiliste Österreichs wählen? Wer eine echte Kontrolle im Parlament will, wer ein echt alternatives Angebot will, vor allem auch in der Frage Verhältnis Österreichs zur EU, verbindliche Volksabstimmungen und auch Einwanderung beenden, jetzt, es war zu viel in den letzten Jahren, der muss uns im Parlament sehen, wir werden ihn nicht enttäuschen. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.